Hallo Crazy Friday 93 Ich fand dein Cover aus dem Tagebuch eines Amokläufers von Ärzten so toll, dass ich mir gedacht habe, den Song muss ich da auch mal covern. Jetzt weiß ich aber nicht, in welcher Version ich den covern soll. Kannst ja mal was sagen. Die neue Rechtschreibung ist da und sie hat den Euro mitgebracht. Und zusammen haben sich die zwei das neue Bahnpreissystem ausgedacht. Wenn ich vorher nicht zum Wahnsinn brachte, jetzt ist es soweit. Leben wir nicht in einer herrlichen Zeit. Ja, das war mehr so die klassische Variante. Jetzt mit ein bisschen mehr Gefühl. Marcel Reich-Ranitzki Den kann der Teufel holen. Das meistgelesene Buch in Deutschland ist von Dieter Bohr. Und wenn ich vorher nicht an das Böse glaubte, jetzt ist es soweit. Leben wir nicht in einer herrlichen Zeit. Und weil Weihnachten so schön ist, fängt's jetzt schon im Sommer an. Dass man in jedem Verschissen im Supermarkt Weihnachtslieder hören kann. Und wenn ich vorher nicht an Selbstmord dachte, jetzt ist es soweit. Leben wir nicht in einer herrlichen Zeit. Leben wir nicht in einer herrlichen Zeit.